Ein 12 mm Schaftfräser wird mittels einer Zwischenbüchse in ein Tendo-Dehnspannfutter eingespannt. Das Fräszentrum, auf dem wir die Fräsversuche durchführen werden. Wir blicken in das Werkzeugmagazin. Wir wechseln unser Tendo mit dem 12 mm Schaftfräser in die Maschinenspindel ein. Die zuvor gemessene Länge des Werkzeugs wird in die Maschinensteuerung eingetragen. Das Testwerkstück besteht aus 16 Mangan Chrom 5. Frästiefe einmal Durchmesser des Fräsers. Für mechanische Spannzangen im Regelfall das Maximum. Kein Problem für das Tendo-EC. Mit dem Tendo-EC können wir eine Nuttiefe des doppelten Fräsdurchmessers herstellen. Souverän kann mit dem Tendo-EC doppelt zur Tiefenut in einem Durchgang gefertigt werden. Hier die beiden Nuten im Vergleich. Wir wollen prüfen, dass es trotz der hohen Zersparnleistung zu keinem Ziehen des Fräsers kam. Wir prüfen die Schneidengeometrie und die Werkzeuglänge. Alles perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017